Am 1. Januar 1906 wurde Generaloberst Helmut von Moltke zum Chef des Generalstabes ernannt. Er übernahm neben dem Post noch ein weiteres Erbe seines Vorgängers. Dessen großen Operationsplan von 1905. In jener Zeit begann der Gedanke der Umfassungsschlacht schliefenischer Prägung gerade auch in den Köpfen der Mitarbeiter des Generalstabskonturen anzunehmen. Obwohl sich Moltke selbst keinesfalls mit den Überlegungen Schliefens in vollem Umfang identifizierte, betrachtete er es zunächst als oberstes Ziel, das Heer für die kommenden Aufgaben zu schulen. Dies entsprach seiner persönlichen Tendenz zu praktischem Handeln. Als eine erste Maßnahme setzte er durch, dass sich Kaiser Wilhelm II. fortan auf den Oberbefehl bei Kriegsspielen beschränkte und nicht mehr selbstständig eine Partei führte, die da natürlich immer siegen musste. Dies sollte den Realitätsbezug der Manöver erhöhen. Darüber hinaus förderte Moltke aber auch sofort wieder restaurative Tendenzen. Auf das Üben von Frontalangriffen wurde bei der taktischen Truppenausbildung wieder verstärkt Wert gelegt. Die Reserviertheit gegenüber der schliefenschen Umfassungsdoktrin deutete sich hier bereits offensichtlich an. Von entscheidender Bedeutung wurde das Jahr 1909. Nun wurde auch beim Operationsplan Hand angelegt. Schliefen war seinerzeit davon ausgegangen, dass die Franzosen im Kriegsfalle zunächst defensiv bleiben würden. An dieser Grundvoraussetzung hatte General Moltke bereits in einer Randbemerkung zur Denkschrift Zweifel angemeldet. Er bezeichnete das defensive oder offensive Verhalten Frankreichs als abhängig vom jeweiligen Kriegsgrund. Inzwischen aber 1909 schien es für ihn eine unumstößliche Tatsache, dass Frankreich wegen der Rückeroberung Elsass-Lothringens zur Offensive gegen die Reichslande schreiten würde. Somit könne die Entscheidung in Lothringen fallen und auch die deutsche Umfassung durch Belgien gegenstandslos werden. Überdies befände sich das saarländische Kohlegebiet in akuter Gefahr und man würde riskieren, dass die Franzosen unter Umständen bis über den Rhein vorstoßen würden. Aus dieser Hypothese zog Moltke die Schlussfolgerung, dass der linke Flügel des Westheeres gestärkt werden müsse. Die vergrößerte 6. und 7. Armee stellte er in Elsass-Lothringen auf. Walter Görlitz schreibt hierzu mit Recht, er wollte nicht alles wie schliefen auf eine Karte setzen. General von Moltke sprach auf den Schlussbesprechungen von zwei Generalstabsreisen 1906 und 1912 unzweideutig seine operativen Absichten aus. Ziel des deutschen Vormarsches durch Belgien sei es, die Franzosen aus ihrer Befestigungsfront herauszulocken. Er fährt fort, Wenn aber die Franzosen aus ihrer Festung herauskommen, so begeben sie sich damit ins offene Feld. Es hat keinen Zweck mehr, mit starken Kräften in Belgien weiter zu marschieren, wenn das französische Hauptheer in Lothringen vorgeht. Dann muss nur ein Gedanke maßgebend sein. Das französische Heer mit allen verfügbaren Kräften anzufallen und zu schlagen, wo man es findet. Der Marsch durch Belgien ist also nicht selbst Zweck, sondern Mittel zum Zweck. Hier lag die Entscheidung in Lothringen und zu ihr mussten unverzüglich alle Kräfte herangeführt werden. Moltke war also bereit, gegebenenfalls aus einer Front, der schlief noch eine Nebenrolle zugedacht hatte, einen Hauptkriegsschauplatz zu machen. Die Ansätze einer völlig neuen und zugleich alten Konzeption wurden sichtbar. Schliefen sei die Masse des feindlichen Heeres und seine Schwäche. Gegen diese wollte er mit der geballten Kraft seines Umfassungsflügels den entscheidenden Stoß in den Rücken der französischen Hauptkräfte führen. Moltke ließ sich von der Masse anziehen. Trotz seiner offensichtlichen Bedenken hielt General Moltke an der Idee, eines Westaufmarsches fest. Seine Überzeugung, hier den notwendigen schnellen Erfolg zu erzielen, ging sogar so weit, dass er die Bearbeitung eines Ostaufmarsches, der seit Jahren stetig parallel gelaufen war, 1913 einstellen ließ. Dennoch, die Veränderungen, die Moltke am Vermächtnis des alten Schliefen vorgenommen hatte, gereichten ihm in den Augen der meisten seiner deutschen Berufskollegen der Kriegszeit nicht zum Vorteil. Schon bald nach dem Krieg machte das Wort von der Verwässerung des ursprünglichen Operationsplanes die Runde. Dessen Grundlagen seien derart aufgeweicht worden, dass er schließlich in sich zusammenbrach. Es stellt sich hier die Frage, ob dieser Vorwurf zutrifft. Mit vollem Recht hat Jehuda Wallach darauf hingewiesen, dass es Moltke als Chef des deutschen Generalstabes erlaubt war, Veränderungen an einem Operationsplan vorzunehmen. Stünde man ihm das nicht zu, dann würde man den Schliefenplan zu einem unfehlbaren Dogma erheben. General Gröners Empfehlung, Moltke hätte den Rat des Meisters einholen sollen, ist dem Mann in der Spitze des deutschen Heeres sicherlich nicht zumutbar gewesen. Worin bestand nun diese angebliche Verwässerung? Kritiker wie auch Verteidiger Moltkes lassen sich meist auf ein arithmetisches Zahlenspielchen ein. Schliefen hatte bezüglich der Kräfteverteilung zwischen dem rechten und linken Flügel des Westheeres ein Verhältnis von 7 zu 1 als notwendig erachtet. Die Kritiker Moltkes behaupten nun, der Generalstabschef habe dieses Verhältnis durch die Verdoppelung der Truppenstärke auf dem linken Flügel auf 3 zu 1 verwässert. Diese Rechnung, so erklären jedoch Gegenstimmen, sei aber nicht fair, denn Moltke habe ja die Stärke des rechten Flügels unverändert gelassen. Das korrekte Verhältnis laute daher 7 zu 2. Es ist nicht weiter ergiebig, die 1905 von Schliefen geplanten Truppenkontingente gegen jene aufzurechnen, die Moltke 1914 tatsächlich aufstellte. Weit wichtiger ist es, noch einmal auf die Geisteshaltung des Generalstabschefs zurückzukommen und auf die konkreten Absichten bei der Veränderung des Operationsplanes. Wir haben bereits gesehen, dass das politische Motiv Moltkes, also dem Feind den Übergriff auf deutsches Reichsterritorium zu verwehren, für die Verstärkung des linken Flügels eine große Rolle gespielt hat. Die operative Hauptfunktion dieses Flügels aber sollte es sein, die linke Seite des Schwenkungsflügels gegen eine Umgehung von südlich Metz zu schützen und gleichzeitig die Umfassung der Niedstellung von Seiten des Feindes zu verhindern. Moltke wollte die frühzeitige Schlacht und schnelle Entscheidung. Er war dafür sogar bereit, seine operative Planung vom Vorgehen des Gegners abhängig zu machen. Der Schliefen-Schippplan hoffte dem Gegner das Gesetz des Handels mit fast starrer Konsequenz vorschreiben zu können. Moltke trat die Initiative bereits in Gedanken ab. So wurde der Durchmarsch durch Belgien zu einem bloßen Eröffnungsschachtzug reduziert, der die Truppen lediglich in eine günstige Ausgangsposition bringen sollte. Im Übrigen aber musste der deutsche Aufmarsch so flexibel wie möglich gehalten werden. Am konkreten Objekt des bereits vorliegenden Schliefen-Planes entwickelte Moltke nun seine eigenen operativen Gedanken. Von ihm selbst ist kein Aufmarschplan vorhanden, wohl aber aufschlussreiche Bemerkungen von 1911 zu Schliefens Absichten und eine Rüstungsdenkschrift von 1912. Es ist bereits bekannt, dass Moltke mit einer Offensive der französischen, englischen und belgischen Kontingente gegen den deutschen Schwenkungsflügel rechnete, der nach Norden abgedrängt und von Verdun aus durchstoßen werden sollte. Dieser Gefahr wollte er durch den gestärkten linken Flügel ebenfalls offensiv begegnen. Gleichzeitig aber hatte er aus dem schliefischen Operationsplan den Gedanken in seine Planung übernommen, selbst den linken französischen Flügel zu umfassen. Hierzu war unbedingt ein schnelles Übersetzen auf das linke Marsufer notwendig, damit sich die Heeresmassen dort entwickeln konnten. Schliefen hatte zur Lösung des Problems empfohlen, unterhalb Lüttichs die Mars in breiter Front auf fünf Straßen zu überqueren. Dies bedeutete neben der Verletzung der Belgischen auch die Missachtung der holländischen Neutralität. Zu diesem Schritt aber wollte sich Moltke nicht durchringen. Holland sollte als neutrales Land zur Sicherung des deutschen Überseenachschubs dienen und somit die Luftröhre bleiben, durch die Deutschland atmen könne, wie er selbst sagte. Eine umso größere Bedeutung bekam deshalb die Stadt Lüttich. Deren Marsbrücken und Eisenbahnverbindungen mussten unbedingt unversehrt in deutsche Hand fallen. In dieser Situation fasste Moltke den Plan, Lüttich sofort nach der Kriegserklärung handstreichartig besetzen zu lassen. Damit aber schuf er jenen ungeheuren Zeitdruck, der den späteren deutschen Aufmarsch kennzeichnen sollte, indem er Mobilmachung, Kriegserklärung und Besetzung Lüttichs zu einer im Grunde kaum mehr trennbaren Einheit verschmolz. Die Entscheidung Moltkes, die holländische Neutralität zu respektieren, war gemäß seiner vorsichtigen Gesamtkonzeption sicherlich vernünftig und konsequent. Unvermeidbar schien dagegen die Verletzung der belgischen Neutralität. Ein Frontalangriff auf die französischen Festungsgürtel zwischen Verdun und Toul bzw. Epinal und Belfort versprach wenig Aussicht auf einen schnellen Erfolg. Es wurde bereits erwähnt, dass Schliefen die Force nach alter Taktik dadurch wirkungslos machen wollte, dass er sie einfach umging und damit gleichzeitig den Gegner zur Schlacht mit verkehrten Fronten zwang. Diesen Gedanken machte sich auch Moltke zu eigen. In der Theorie gab es zwei Möglichkeiten der Umgehung, entweder durch die Schweiz oder durch Belgien. Die Alternative des Durchmarsches durch die Schweiz wurde alsbald verworfen. Der Aufmarschraum, der sich hier für eine sinnige Umgehung der französischen Force angeboten hätte, erwies sich schlicht und ergreifend als zu eng für Millionen Heere. Blieb also nur Belgien. Lange Zeit hoffte Moltke mit der Regierung dieses Landes zu einem Abkommen über die deutschen Durchzugsrechte im Kriegsfalle zu gelangen. Realistisch wurde in der Planung jedoch nicht nur die Gegnerschaft Belgiens, sondern auch Englands mit einbezogen, das eine Neutralitätsverletzung sofort als Vorwand für den Kriegseintritt nützen würde. Die Truppenstärke der beiden Kontingente wurden auf insgesamt 150.000 Mann geschätzt. Betrachten wir kurz das Problem der Neutralitätsverletzung. Es besitzt im vorliegenden Fall einen militärischen und einen politischen Aspekt. Über die Völkerrechtswidrigkeit besteht allemal kein Zweifel. Dennoch versuchte die kriegsteilnehmende Generalität, den Einmarsch in Belgien zu rechtfertigen. Er sei ein Gebot der Not gewesen, weil man keine bessere Operation habe finden können. Überdies rechnete sowieso niemand damit, dass Belgien neutral bleiben würde. Im Nachhinein schoben die Offiziere die Schuld schlicht auf die politische Führung des Reiches, die es verabsäumt habe, den Durchmarsch diplomatisch vorzubereiten. Dagegen muss allerdings eingewandt werden, dass sich die militärischen Planungen des Generalstabes bereits ziemlich verselbstständigt hatten. Ein Kriegsrat zusammen mit der politischen Spitze wurde, wohl auf beiderseitigen Wunsch, nie abgehalten. Die Einstellung des damaligen Reichskanzlers Theobald von Bethmann-Holwig spricht hier Bände. Der sagte, Außerdem wurde der politische Handlungsspielraum noch durch den Zwang zur schnellen Einnahme Lüttichs eingeengt. Man kann also insgesamt deutscherseits wenig Bedenken konstatieren, das Odium des Angreifers auf sich zu ziehen. Man beruhigte sich damit, dass in dem Ringen der Nationen um Lebensraum und Macht die Völkerrechtsverletzungen so zahlreich sind, dass schwerlich ein Volk das Recht hat, sich über ein anderes in dieser Hinsicht zu entrüsten. In der Regel ist diese Entrüstung auch sehr rasch wieder vergessen, wenn dem Angeschuldigten das Glück und der Erfolg zur Seite standen oder die politische Lage sich sonst wie änderte. Nichtsdestotrotz rief diese gleichgültige Einstellung gegenüber dem Völkerrecht eine Woge der Empörung hervor, wobei sich allerdings kritisch die Frage gestellt werden muss, ob diese moralische Bewertung von alliierter Seite tatsächlich berechtigt war. Denn es ist bekannt, dass Neutralitätsverletzungen auch in das Kalkül der Franzosen und Engländer mit einbezogen worden waren. Auf dieses Thema werde ich später noch einmal in genauerer Form zurückkommen. Kehren wir derweil aber jetzt erst einmal wieder zur Person Moltkes zurück. Diesem sind gewiss einige Versäumnisse anzulasten. Der Möglichkeit einer britischen Seeblockade schenkte er kaum Beachtung. Zu tief saß noch die schliefendische Überzeugung, eine Blockade bedeute keine Gefahr, da man in Frankreich ja zu einem schnellen Sieg gelangen würde. So fanden weder Absprachen mit der deutschen Flottenleitung statt, noch gemeinsame Operationsplanungen mit dem Oberbefehlshaber der österreich-ungarischen Streitkräfte, Franz Konrad von Hützendorf. Diese Fehler, zusammen mit seinem Verhalten zu Beginn des Krieges, haben später zu einer meist negativen Beurteilung des Generalstabschefs geführt. Moltke litt sicherlich auch an einer gewissen inneren Unsicherheit, besaß aber durchaus auch Vorzüge, wie zum Beispiel sein Bemühen um die Förderung der Technik und hierbei besonders des Flugwesens. Auf seine Initiative ging die Schaffung einer technischen Sektion des großen Generalstabes zurück. Um die Realisierung von zwei Forderungen schliefens hat Moltke besonders gerungen. Die Vermehrung der Heeresstärke und den Ausbau der von seinem Vorgänger bereits in Ansätzen geschaffenen schweren Artillerie des Feldheeres. Als tatkräftiger Mitarbeiter darf hier General Ludendorff nicht unerwähnt bleiben. Von beiden stammt eine Denkschrift vom 21.12.1912, der Gerhard Ritter nachrühmt, sie habe zum ersten Mal die vollen Konsequenzen aus dem Schliefenplan zu ziehen gewagt. Besonders bei der Vergrößerung des Artilleriearsenales konnten enorme Erfolge erreicht werden. Die Ausrüstung des Heeres mit 15 cm Feldhaubitzen und 21 cm Mörsern war bei Kriegsbeginn bereits abgeschlossen. Der Bestand konnte sogar durch 30,5 cm und 42 cm Belagerungsgeschütze ergänzt werden. Der technologische Vorsprung Frankreichs, der durch deren Entwicklung eines 7,5 cm Feldgeschützes entstanden war, wurde durch das deutsche 10,5 cm Geschütz mit stark gekrümmter Flugbahn der Geschosse weitgehend ausgeglichen. Für die Infanteriebekämpfung war zusätzlich noch die 7,7 cm Feldkanone hergestellt worden. Die folgende kleine Übersicht verdeutlicht den Vorsprung, den sich das Deutsche Reich gegenüber Frankreich herausgearbeitet hatte. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die deutschen Waffen auf zwei Fronten verteilt werden mussten, während zu den französischen noch die britischen und belgischen Geschütze hinzuzuzählen sind. Man darf die Erfolge Moldkes auf diesem Gebiet nicht unterschätzen, weil sie den schnellen deutschen Vormarsch 1914 zum Teil erst ermöglicht haben. So gesehen war Moldke sicher der passende Mann als Chef der obersten Heeresleitung. Zwar nicht durch eigene schöpferische Talente, aber durch gewissenhaftes Handeln auf vorgezeichneten Pfaden. Wir haben gesehen, dass er auf operativen Gebiet diese vorgezeichneten Pfade verlassen hat. Seine Absicht war es gewesen, Hoffnungen, die vielleicht Selbsttäuschungen wurden, aus seinen Plänen auszuschalten. Insofern dachte er vielleicht sogar nüchterner, aber auch nicht so entschieden wie sein Vorgänger. Zusammenfassend kann gesagt werden, es ist mindestens einmal problematisch, bei Moldkes Plänen von einer Verwässerung des Schliefenplanes zu sprechen, sowie auch ihm zu unterstellen, er habe trotz aller Änderungen nichts als die buchstabengetreue Ausführung des Schliefenplanes im Sinn gehabt. Vielmehr wird man feststellen können, dass General von Moldke in deutlich bewusster Unabhängigkeit zu seinem Vorgänger versuchte, eine eigene Konzeption zu entwickeln, die auch nur in dieser Eigengesetzlichkeit zu verstehen ist. Werfen wir nun einen Blick auf die Pläne des deutschen Hauptgegners an der Westfront, Frankreich. Zu fragen ist auch, mit welchem geistigen Rüstzeug die Armeen der Grande Nation 1914 ins Feld zogen. Das französische strategische Denken der Vorkriegszeit war einige Jahre fast ausschließlich von dem 1903 erschienenen Werk »Principes de la guerre« des damaligen Direktors der Generalstabschule Ferdinand Foch beherrscht. Das von diesem verkündete Grundaxiom lautete, »Nur der Angriff führt zur Vernichtung des Feindes. Das System des Kampfes ist freilich vorsichtiger. Er stellt eine Verbindung der Defensive mit der Offensive dar. Zwei Bedingungen sind hierbei zu beachten. Erstens, Erstverteidigung, dann Angriff. Vorhuten sollen Klarheit über die Stärken und Schwächen des feindlichen Kontingentes schaffen, sodass dann selbst ein zielgerichteter Angriff initiiert werden kann. Zweitens, die Reserven müssen planmäßig hinter der Front verteilt werden, damit die Vorhuten aushalten können. Ein Angriff wird also immer zum Gegenangriff. An sich entsprach die offensive-defensive sozusagen genau der französischen Ausbildung und Militärtradition. Sie erlaubte nämlich den Franzosen, ihre Begabung für behelfsmäßige Einrichtungen fester Stützpunkte zu entfalten, geringe Räume im selbstständigen Handeln der Unterführung zu beherrschen, Moral und Mut an Einzelerfolgen immer wieder neu zu beleben und die Vorzüge ihres beweglichen Feldgeschützes auszunutzen. Aber auch das französische Festungssystem an der Ostgrenze zum Deutschen Reich machte nur unter der Maßgabe einen Sinn, dass Frankreich in einem Kriege gegen Deutschland zunächst defensiv bleiben würde. Ganz in diesem Sinne waren auch die französischen Aufmarschpläne entstanden, unter anderem der Plan 16, welcher am 1.3.1909 in Kraft trat. Der damalige Generalstabschef Michel war damals davon ausgegangen, dass die Deutschen unter Beachtung der belgischen Neutralität aus Lothringen heraus im Frontalangriff gegen die französischen Grenzbefestigungen vorgehen würden. Man wollte diesem Ansturm 50 Infanterie- und Reservedivisionen, 8 Kavallerie-Divisionen und 21 Abteilungen schwerer Artillerie entgegenstellen. Dieses Kontingent müsste nicht nur ausreichen, um den deutschen Angriff zu bremsen, sondern auch dafür im Gegenangriff den Durchbruch zu erzielen, wenn eine Schwachstelle beim Gegner erkennbar wird. Seit 1910 trat jedoch ein spürbarer Wandel in den Überzeugungen des französischen Generalstabes ein. Das Prinzip der strategischen Defensive wurde mehr und mehr als dem französischen Geist widersprechend abgelehnt und stattdessen die Initiative um jeden Preis gefordert. Genau diese Theorie entsprach auch den Vorstellungen des im Juli 1911 zum Generalstabchef ernannten Draufgängers Joffre. Joffre, der seine militärischen Erfahrungen in den Kolonien gesammelt hatte, lehnte den Plan 16 aus verschiedenen Gründen ab. Erstens gab dieser Plan a priori Heimatgebiet auf und überließ beispielsweise Nancy völlig seinem Schicksal, weil er auf dem Konzept eines Gegenangriffs beruhte. Zweitens aber, noch wichtiger, gab der Plan 16 den Deutschen freie Bahn durch Belgien und damit die Möglichkeit, den linken französischen Flügel zu umfassen. General Joffre glaubte daher an die Notwendigkeit eines neuen Operationsplanes. Bevor wir dessen Grundzüge näher betrachten, muss noch auf eine Prämisse hingewiesen werden, die Joffres Gedanken beherrschte. Der Glaube an einen kurzen Krieg. Der französische General gestand selbst, von den Aufsätzen schliefend stark beeindruckt gewesen zu sein. Er habe daraus die Erkenntnis gewonnen, dass die erste Schlacht auch die entscheidende sein müsse. Joffres operative Planungen waren verschiedenen Unwägbarkeiten unterworfen. Zunächst konnte er keineswegs sicher sein, dass die Deutschen tatsächlich die belgische Neutralität verletzen würden. Demzufolge musste sein eigener Aufmarschplan sehr allgemein gehalten sein, um an geeigneter Stelle Reserven zur Hand zu haben und selbst einen Angriff initiieren zu können. Begründet aber vermutete Joffre einen deutschen Vormarsch durch Belgien. Ein Vorstoß von Malmedie bis Lille mit Front nach Süden hielt er eher für unwahrscheinlich, ja bezeichnete ihn sogar als Unklugheit. Joffre hielt das Gebiet südlich der Mars und Sambre für stark gefährdet und zog daraus den Schluss, man müsse möglichst schnell selbst die Marsstrecke Guivet-Namur besetzen. Ein Blick auf die Karte zeigt jedoch, dass diese Lösung eine Verletzung der belgischen Neutralität von Seiten Frankreichs bedeutet hätte. Generalstabchef Joffre zeigte diesbezüglich allerdings wenig Skrumpel. Bereits am 24.10.1911 hatte er seinen Kriegsminister Milleron darauf hingewiesen, dass Plan 16 überholt sei. Die entscheidende Konferenz über eine Abänderung des Operationsplanes in von Joffres gewünschten Sinne fand am 21.02.1912 statt. An ihr nahmen Ratspräsident und Außenminister Poincaré, Kriegsminister Milleron, Marineminister Delcasse, der Direktor für Politik und Handelsangelegenheiten im Außenministerium Pagliologe, der Chef der Kriegsmarine Admiral Aubert und Generalstabchef Joffre teil. Letzterer führte aus, Die Situation wäre unendlich vorteilhafter, wenn es uns möglich wäre, unsere linke Flanke im Großherzogtum und auf belgisches Territorium über unsere Grenzen hinaus auszudehnen. Auf dieser Seite könnten wir all unsere Handlungsmöglichkeiten entwickeln und wären gleichzeitig nördlich an allen befestigten Systemen vorbei, die von unseren Gegnern mit großem Aufwand gebaut wurden. Während Milleron und Delcasse in dieser Ansicht sofort zustimmten, meldete Poincaré Bedenken an. Er fürchtete diplomatische Verwicklungen, weil Belgien sich in dieser Frage nicht verhandlungsbereit zeigte und England beständig aus moralischen Gründen vor einer Neutralitätsverletzung warnte. So wollte Poincaré einen solch entscheidenden Schritt erst wagen, wenn Deutschland zuerst die belgische Neutralität gebrochen habe. Geoffrey fügte sich in die Entscheidung der Regierung, wollte jedoch keinesfalls sein Offensivkonzept fallen lassen. Am 28.10.1913 wurde eine neue Vorschrift für die Truppenführung herausgegeben. Sie stellte in gewisser Weise eine Annäherung an die deutsche Strategie dar, denn erstmals wurden auch in Frankreich die Vorzüge der Umfassung gewürdigt. Diese Form des Offensivgedankens fand schnell Anhänger, konnte sich aber in der Kürze der Zeit bis zum Kriegsausbruch nicht mehr voll durchsetzen. Bei den Armeemanövern 1913 erwies sich die Umfassung als zu schwierig, weil der Angriff eine zu große Breitenausdehnung entwickelte und dadurch Reserven an entscheidender Stelle fehlten. Im Ganzen genommen rückten die Franzosen 1914 mit dem Vertrauen auf ihren Durchbruchsgedanken ins Feld. Es bestand jetzt noch die Frage, wo dieser Durchbruch stattfinden sollte. Anfang 1914 entwickelte Joffre den Aufmarschplan 17. Die Schwierigkeit bestand darin, dass der französische Generalissimus seinen eigenen Angriff vom deutschen Vorgehen abhängig machte und dadurch für den Aufmarsch eine Alternative bedurfte. So kam ein Aufmarschplan mit doppeltem Boden, der sich auf dem Papier vortrefflich ausnahm, zustande. Grob gesagt sollten vier Armeen in erster Linie den Raum zwischen Epinal und Maizière besetzen. Eine Armee, die vierte Armee nämlich, steht bei Grand Recours Bar-le-Duc in zweiter Linie bereit. Sollten die Deutschen nun durch Belgien marschieren, so würde sich der linke französische Flügel, bestehend aus der fünften Armee, weiter nach Nordosten bis Fumier, nördlich Irson verschieben. Die entstandene Lücke zwischen der fünften und der dritten Armee würde dann die vierte Armee ausfüllen. Im Bereich mit dem sich am linken Flügel anschließenden englischen Kontingent könnte einer Umfassungsgefahr begegnet werden und gleichzeitig würden die französischen Armeen gegen das deutsche Kraftzentrum oder das, was man dafür hielt, vorgehen. Alles in allem war Joffres Plan nicht besonders kreativ. Er beinhaltete überdies noch Irrtümer. Zunächst einmal wurde die Geschwindigkeit des deutschen Vormarsches völlig unterschätzt und darüber hinaus nicht damit gerechnet, dass das deutsche Heer unter Umständen die Umfassung noch weiter nördlich über Brüssel und Cambrai ansetzen würde. Für diesen Fall nämlich war überhaupt keine Vorsorge getroffen und die linke Flanke lag dem deutschen Zugriff offen. Joffre war gewiss kein Mann von genialer Begabung. Es wurde ihm allerdings als in militärischen und politischen Dingen gut geschultem General allgemein Anerkennung entgegengebracht. Sein uneingeschränktes Verdienst war seine positive Einwirkung auf die Ausbildung und Ausrüstung des Heeres. Vor allem die Vergrößerung des Artilleriearsenales geht auf seine Initiative zurück. Das schnell feuernde, leicht bewegliche 7,5 cm Geschütz erwies sich als hervorragend. Da man aber nur mit einem kurzen Krieg rechnete, wurde die Produktion fast ausschließlich auf dieses Kaliber beschränkt. Konnte der Kriegsingenieur Joffre zwar auf technischem Gebiet relativ gute Voraussetzungen für die ihm unterstellte Truppe schaffen, so wirkte seine Einseitigkeit auf operativen Gebiet durchaus nachteilig. Denn obwohl den Franzosen in der Theorie für den Kriegsfall eine wesentlich größere Auswahl an strategischen Vorgehensweisen offen stand, legte Joffre sich auf den Angriff um jeden Preis fest. Der Kompromiss, den er in Anbetracht der Situation fand, nämlich auf der einen Seite den Angriff zwar zu beschließen, auf der anderen Seite aber die Richtung offen zu lassen, konnte nicht befriedigen. Im Gegenteil lieferte Joffres Idee der Offensive um jeden Preis unbeabsichtigt geradezu das ergänzende Mosaiksteinchen zum deutschen Schiefenplan. Kommen wir nun zu John French. Ich möchte vorausschicken, dass es jetzt nicht Inhalt sein soll, die operativen Ansichten eines Generals zu untersuchen. John French, der erste britische Oberbefehlshaber im Weltkrieg, hatte in der Vorkriegszeit auf dem Gebiet der Operationsplanung bei weitem nicht die Rolle gespielt, wie Joffre auf französischer Seite oder Moltke auf deutscher. Es muss deshalb der Blick auf die Gesamtentwicklung in England gerichtet werden, die mit dem Ende des Burenkrieges ihren Anfang nahm. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts planten die Engländer den Einsatz von Landtruppen auf dem europäischen Kontinent, im Falle eines Krieges. Der englische Historiker Basil Littleheart fragte sich einmal, ob dieser Opfergang überhaupt nötig sei und verneinte dies mit dem Hinweis auf die großen Kapitalressourcen und die bedeutende Flotte, die jeden Feind von der Versorgung abschneiden und somit zur Aufgabe zwingen könnte. Will man die Motive Englands ergründen, so muss man ein wenig in die politische Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges zurückgehen. Das britische Empire hatte seine gesamte Macht im 19. Jahrhundert fast ausschließlich auf seine Flotte gestützt. Dementsprechend gering geschätzt wurde das Landheer. Die Stellung des englischen Soldaten, sein Ansehen und seine Behandlung blieben praktisch das gesamte 19. Jahrhundert gleich. Die des verachteten Söldlings. Die allgemeine Wehrpflicht war unbekannt. Der Bestand des Heeres wurde auf der Basis des Werbesystems noch wie im 17. und 18. Jahrhundert aufrechterhalten. Die Landtruppen waren zahlenmäßig schwach und somit für größere Aufgaben ungeeignet. Dazu noch abhängig von der Truppenunterstützung aus anderen Empire-Mitgliedstaaten, die noch nicht einmal zur Stellung bestimmter Kontingente verpflichtet waren. Der Verlauf des Krieges in Südafrika setzte ein deutliches Alarmzeichen. Die bisherige Form der Heeresorganisation hatte versagt. Mängel und Schwächen waren allzu deutlich hervorgetreten. Hier war die englische Staatsführung zu Reformen genötigt, die auch sogleich in Angriff genommen wurden. Die einzelnen Etappen brauchen hier jedoch nicht geschildert zu werden. Zur allgemeinen Wehrpflicht konnte man sich zwar immer noch nicht durchringen, dafür fand aber eine innere Umwälzung im Heer statt. Berufene Führerpersönlichkeiten im Verein mit jungen, wissbegierigen und ehrgeizigen Offizieren drängten nach vorn. Von entscheidender Bedeutung für die englische Heeresentwicklung wurde das Jahr 1906. Lord Richard Burden Haldane war zum Kriegsminister ernannt worden. Er fasste am Neujahrstag 1906 die Situation des Empire folgendermaßen zusammen. Unsere Kriege finden in Bezug auf die eigentlichen Kämpfe hauptsächlich in Übersee statt, in großer Entfernung. Und wir brauchen eine Armee, die sich von der jeder anderen Nation völlig unterscheidet. Was offensichtlich erforderlich ist, ist eine hochorganisierte und gut ausgerüstete Einsatztruppe, die mit geringstmöglicher Verzögerung in jeden Teil der Welt transportiert werden kann, indem sie benötigt wird. Haldane betrachtete als unerlässliche Voraussetzung die Schaffung eines Thinking Department und mit dem Armeebefehl Nummer 233 vom 12.09.1906 wurde ein Generalstab ins Leben gerufen. Aber auch der Ausbau der kleinen Berufsarmee schritt zügig voran. Die Hälfte der regulären Armee blieb in England stationiert. Sie hatte zwei Funktionen. Zuerst stellte sie den Ersatz für die in Indien dienstleistenden Truppen dar, war aber auch gleichzeitig das Kontingent, welches im Kriegsfalle auf dem europäischen Kontinent an der Seite Frankreichs eingreifen sollte. Diese Streitmacht erhielt die Bezeichnung British Expeditionary Force. Ihr Umfang belief sich im Januar 1907 auf sechs Infanterie- und eine Kavaleriedivision, erweiterte sich jedoch bis 1908 um 80.000 Mann, Reservetruppe und 14 weitere Divisionen. In den britisch-französischen Gesprächen beschloss man, dass diese Truppen in erster Linie in Belgien zur Unterstützung Frankreichs kämpfen sollten. 1907 wurde dieser Beschluss dahingehend geändert, dass nun die BEF nach der Landung in Frankreich sofort die unmittelbare Verlängerung des französischen linken Heeresflügels bilden sollte. Seit Abschluss der Entente Cordiale im Jahr 1904 hatten sich die britisch-französischen Absprachen auf militärischem Gebiet immer deutlicher intensiviert. Die Planungen der Jahre 1906-1907 markieren hier nur einen Zwischenschritt. Ein vorläufiger Höhepunkt war 1911 erreicht. Noch am 9.10.1910 hatte John French, einer der treuesten Gefolgsleute Haldanes, die guten deutsch-britischen Militärbeziehungen gewürdigt. Ein Jahr später hatte sich das Bild vollständig gewandelt. Deutschland war in den Augen der Engländer zur Bedrohung geworden. Schuld daran war sicher nicht allein der Ausbruch der 2. Marokko-Krise, sondern die bedeutsamen Veränderungen an der Spitze des französischen und englischen Heeres. 1911 wurde General Joffre französischer Oberbefehlshaber. Wie ich bereits vorher ausgeführt hatte, änderte sich unter seiner Ägide die militärische Konzeption vollständig. Nach und nach wurden die Operationspläne von Defensive auf bedingungslose Offensive umgestellt. Joffre fand in dem frankophilen Sir Henry Wilson, seit 1910 Chef der englischen Operationsabteilung, genau den richtigen Partner, um seine Pläne durchzusetzen. Wilson ordnete freiwillig den englischen Anspruch auf selbstständige Aktionen, dem französischen Kriegsplan, unter. Er ließ damit zu, dass die Schicksale beider Armeen auf Gedeih und Verderb verknüpft wurden. Unbedenklich verschrieb er das englische Heer den Franzosen, ehe er überhaupt ihre Feldzugspläne genau kannte. Es ist in der Tat bedenklich, dass weder das britische Kabinett, noch die Marine, noch der Generalstab des Landheeres einen eigenständigen Plan für einen Koalitionskrieg entwickelten. Die Sorge all dieser Institutionen galt einzig allein der Sicherung der britischen Insel. Die Ursachen für die geistige Unselbstständigkeit des englischen Generalstabes sind vielschichtig. Einmal herrschte traditionsgemäß ein erdrückender Einfluss der Politiker vor. Es war stets das Kabinett, welches, meist ohne überhaupt den Rat oder die Meinung eines Militärs einzuholen, darüber entschied, wo, wie die Truppen des Empires eingesetzt wurden. Das heißt, der Generalstab-Chef war in diesem Moment nichts weiter als ein Exekutant der Vorgaben, die ihm von politischer Seite übermittelt wurden. Als hartnäckiger Hemmschuh zeigte sich das Konkurrenzdenken der einzelnen Waffengattungen untereinander. Beispielsweise fand sich die Marine lange Zeit nicht bereit, im Kriegsfall den Truppentransport auf das Festland zu übernehmen. Für den in traditionellem Denken befangenen Chef der Marine, Admiral Fischer, fand die deutsch-britische Auseinandersetzung doch immer zur See statt. Das wirksamste Mittel der englischen Kriegsführung sei die Blockade, wobei die Royal Navy durch das Übersetzen von Soldaten keine Zeit verlieren dürfe. Als keine Einigung zustande kam, wurde Fischer ins House of Lords wegbefördert. Und sein Nachfolger Arthur Wilson musste den Transport zusagen. Die Unzulänglichkeiten des Generalstabes wirkten sich nicht gerade vorteilhaft auf die Truppe aus. Auch wenn die infanteristische Ausbildung im Allgemeinen verbessert worden war, so zeigte sich doch insgesamt ein großer Mangel an Erfahrung in der Landkriegsführung. Auf taktischem Gebiet hatte die Umfassung zwar in die Vorschriften Einzug gehalten, doch der Durchbruchsgedanke war trotz der negativen Erfahrungen im Burenkrieg noch immer fest in den Köpfen der Truppenführer verankert. Als weit größeres Manko aber erwies sich die völlig unzureichende Bewaffnung. Automatische Waffen, vor allem das leichte Maschinengewehr, standen kaum zur Verfügung. Demzufolge blieb auch die Ausbildung der Soldaten an diesen Geräten unzureichend und das englische Heer besaß kaum gute Schützen. Auch für die Unterschätzung der technischen Ausrüstung liegen die Gründe auf der Hand. Regierung und Treasury erachteten das MG schlicht als unnütz und zu teuer. Aber auch die Militärs verkannten die Wirkung der Maschinenwaffen. So schrieb der spätere britische Oberbefehlshaber Douglas Haig, damals noch Armeekommandeur, am 15.04.1915 an das War Council, nachdem der Krieg bereits seit achteinhalb Monaten andauerte, Das Maschinengewehr ist eine sehr überschätzte Waffe und zwei pro Bataillon sind mehr als ausreichend. Als 1914 die englisch-französischen Operationsplanungen längst abgeschlossen waren und das englische Heer jederzeit zur Mobilmachung bereitstand, fehlten den Briten einzig noch ein Anlass, der einen Kriegseintritt an der Seite Frankreichs vor den Augen der Weltöffentlichkeit moralisch rechtfertigte. Das Deutsche Reich sorgte dafür durch die Verletzung der belgischen Neutralität. England besaß nun den politischen Vorteil, die Rolle des selbstlosen Hüters europäischer Verträge spielen zu können. Damit wurde die Volksstimmung im eigenen Land für einen Kriegseintritt gesichert. Das eigentliche militärische Ziel, die Sicherung der belgischen Kanalküste gegen den deutschen Einfluss, war legitimiert. Es ist an dieser Stelle Gelegenheit, einen Blick auf die Haltung Englands gegenüber der belgischen Neutralität in der Vorkriegszeit zu werfen. Gleichzeitig muss aber auch untersucht werden, wie sich Belgien selbst bezüglich seiner Verpflichtungen zur Neutralität verhielt. Seit 1906 bestand zwischen Frankreich, England und Belgien ein Militärabkommen, das von den Generalstäben in allen Einzelheiten ausgearbeitet worden war. Auch den Regierungsstellen war dieser Sachverhalt bekannt, wenn auch das Dokument niemals ratifiziert wurde. England stellte dabei den Mittler zwischen Frankreich und Belgien dar. Der deutsche Historiker Paul Kluke schlussfolgert hier, Belgien hatte durch Preisgabe wichtiger militärischer Geheimnisse an einen Garanten seiner Neutralität ohne Wissen des anderen, ja sogar zum Schaden des anderen, seine Pflicht strenger Unparteilichkeit verletzt. Das belgische Heer wurde nun selbst ein wichtiges Mitglied im Operationssystem zweier Großmächte und beeinflusste deren Aufmarschpläne. Die Anschauung von der völligen Schuldlosigkeit Belgiens kann also vom militärischen Standpunkt aus nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Dokumente, die diesen Sachverhalt belegen, wurden erst während des Krieges gefunden. Sogar der damalige Reichskanzler Bedman Holwig bezeichnete sie als für Belgien kompromittierend, obwohl er die völkerrechtswidrige Neutralitätsverletzung von Seiten Deutschlands innerlich keineswegs belegte. In den französisch-englischen Militärabsprachen von 1911 war von Belgien keine Rede mehr. Das Land hatte vorübergehend seine strategische Bedeutung eingebüßt. Erst im April 1912 ist ein erneuter Werbungsversuch Englands nachweisbar. Es wurde angekündigt, die BIF werde in jedem Falle in Belgien landen, weil das belgische Heer alleine zur Abwehr des deutschen Angriffs zu schwach sei. Diesmal aber lehnte der belgische Generalstab Chef Jungblut eine Intervention entschieden ab. Wie dieser kleine Überblick zeigte, war weder England noch anfänglich Belgien willens, die Neutralitätsgarantie beziehungsweise die damit einhergehenden Verpflichtungen einzuhalten. Mehr noch, der ursprüngliche Aufmarschplan der Engländer beinhaltete eine Landung in Antwerpen zur unmittelbaren Unterstützung des belgischen Heeres. Dies hätte eindeutig auch die Verletzung der holländischen Neutralität bedeutet, weil zur Verschiffung der Truppen die Nutzung der Schelde auf holländischem Hoheitsgebiet unumgänglich gewesen wäre. In England rechnete man jedoch lediglich mit einem kleinen Protest. Fasst man also die Sachlage zusammen, so muss man Paul Kluke zustimmen, der resümiert, Der schnelle Einmarsch des deutschen Heeres enthob dann den englischen Generalstab der Notwendigkeit, lang gehegte Pläne durch die Tat enthüllen zu müssen und teilte ihm die vorteilhaftere Rolle des Beschützers der verletzten Neutralität zu. In der Sommerkrise 1914 wurde John French, seit 1913 Feldmarschall, zum Oberbefehlshaber der BEF ernannt. Seine Person war in den eigenen Reihen nicht unumstritten. General Haig schrieb am 11.08.1914 in sein Tagebuch, Tief im Inneren weiß ich, dass French in einer Zeit der Krise in der Geschichte unserer Nation für dieses große Kommando völlig ungeeignet ist. In diesen Worten schwang unzweideutig eine gewisse Enttäuschung über die eigenen Nichtberücksichtigungen mit, denn als Alternative zu French hatte Haig wohl auch sich selbst im Sinn gehabt. Jedenfalls erklärte French seinen Unterführern am 4.08.1914, also bereits nach Kriegsausbruch, dass der Aufmarschplan kurzfristig geändert werden müsse, weil die Mobilmachung zu spät angeordnet worden sei. Statt sich wie beabsichtigt am 15. Mobilmachungstag hinter dem linken französischen Vögel aufzustellen, sollte man nun doch direkt in Antwerpen landen und mit den Belgiern zusammenarbeiten. Hiergegen erhob General Haig sofort Widerspruch. Man kenne die tatsächliche Kampfstärke der Belgier nicht, wahrscheinlich würden Engländer und Belgier zusammen nicht so stark sein, um ohne die Franzosen operieren zu können. Frenchs Plan wurde schließlich verworfen. An der Tatsache, wie spät man sich in England erst Gedanken über elementare Bestandteile des Operationsplanes machte, zeigte sich noch einmal, wie sehr man in der Vorkriegszeit die gedankliche Arbeit dem französischen Generalstab überlassen hatte. Die Person an der Spitze des BIF war in der Anfangsphase des Krieges beliebig auswechselbar und stellte in seiner Funktion eigentlich nur den Mittelsmann zwischen französischem Generalstab und englischer Regierung dar. Diese wiederum hatte ihrem Oberbefehlshaber eigentlich nur eine Aufgabe in Eigenverantwortung übergeben. So war von Anfang an zu beachten, dass die zahlenmäßige Stärke der britischen Streitkräfte und ihre möglichen Verstärkungen streng begrenzt waren und angesichts dieser stetigen Berücksichtigung war es offensichtlich, dass die größte Sorgfalt darauf gelegt werden musste, die Verluste und die Verschwendung minimal zu halten. Dieses Ideal geriet dem Kriege jedoch bald in Vergessenheit und zwar umso schneller, je größer das Eigengewicht und die Selbstständigkeit des englischen Kontingents wurde. Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF uiten Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Untertitelung des NDR